Willkommen zurück bei Resident Evil 4 mit Leon. Wir haben den Major gelegt, Robert hat den Major gelegt, ich habe moralisch unterstützt. Hat er gut gemacht, hat er gut gemacht. Man muss hier nochmal loben. Ja, mein Ego muss auch mal gestreichelt werden. Und wir befinden uns tatsächlich im vorletzten Kapitel dieses glorreichen Spiels. Die Verteidigung ist nicht ohne. Mhm, die Verteidigung? Was ist denn das? Lila da oben links? Das ist ein Banner. Ah, das sind aber komische Banner. Was für Nägel? Guck mal! Die Nägel wurden sowas von einem El Gigante da reingekloppt. Würde ich auch sagen. Also ein El Gigante eignet sich perfekt als Dekorationshelfer für große wenn ihr für euer, wenn ihr für euer Tempel? Ich will nicht sagen Reihe. Ja, Tempel ist besser, ja. Ein Banner aufhängen wollt, das ist ein El Gigante super. Boah. Ja, da kommen die was für. Na dann, was kann ich für dich tun? Na ja, wir haben nichts. Ob Robine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Ein hervorragender Deal. Hehehe. Wir hätten beides machen können. Wow. So, wir haben jetzt noch 100.000 was auch immer übrig. Wir können unser Messer tunen. Das ist das neue Messer. Oh. Das nehmen wir mit, oder? Wie ich sagen. Alter, wir haben wir voll. Angriffskraft voll, ist okay. Die können wir bestimmt noch, ja genau. Ist doch okay. Ja. Wir haben unsere Pistole aufgewertet. Jetzt haben wir eine Badass Pistole. Ah, speichern natürlich nicht. Wir haben einen Cut gespeichert. So. One Hit. Geil. Wenn ich richtig treffe. Okay. Wohoho. Was ist denn das? Was war das? Was war das? Ada? Oh. Oh. Großartig. Heli Pilot. Ich weiß deinen Namen gerade nicht, aber ich liebe dich. Ich soll sich bei dir herlocken. Aufstell im Kreis. Ist okay. Au. Oh. 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 Hat er seinen Namen genannt? Oh. Oh oh. Oh 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 oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh 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 du bist so heiß wie ein Vulkan. das nervig da oben hat er das tnt angezündet oder nicht ich weiß es nicht anscheinend nicht ja da hochgehen wir gleich auch noch erstmal hier ok was ist der boss wenn er sich kümmern will das ok wenigstens haben glück mit dem wetter ja das stimmt ich nenne jetzt einfach mike mike du bist großartig ja ja da kommt noch einer du könntest öfters sein das ist absolut ja gut er ist nicht tot jetzt ist er tot ach da benutzen wir einfach mal eins alles ist auf dem grünen fuck so was von schade oh nein ok ok wenn es weiter nichts ist ja jetzt mich nicht alter ja der darfst nervig der darfst ja der darfst von denen ist zwar nicht so stark aber die nerven sind ja das stimmt Oh, in das Plagas, oder? Natürlich. Hä? Ah. Ah, 10 Schuss haben wir noch. Na, schaffe ich nicht, oder? Ne, war klar. Ich wollte aber erstmal da runter, weil hier ist bestimmt noch was, ja sowas von. Ja. 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 Vielen Dank. Hm, kann man auch benutzen. Okay. Jetzt müssen wir irgendwo wieder hochkommen. Hier ist nichts zum Hochkommen. Und von hier kommen wir, oder? Ja. Hm. Müssen wir den Schutz irgendwie aufhalten. Ich meine, das Spiel ist vielleicht schön und groß. Muss man ja sagen. Drei große Gebiete, so wie es aussieht. Aber das einfach alles, fast alles gleich aussieht. Ja. Das war bei den Walden aber noch schlimmer. Ja, glaube ich dir. Geh mal mal hoch, mal gucken, was wir noch finden. Zum Aufhalten. Vielleicht wieder ein Kran. Das war's. Wow. Oh, das ist doof, das ist okay Oh, das ist doof, das ist doof, das ist doof, das ist doof Alle weg Kann sein, dass einer wieder so übrig geblieben ist, aber sonst sind denke ich alle weg Einer, ja, oder drei, oder vier Das ist mein teammate Oh, ja, oh, ja, glu ist 2.0 Nein, ich gerade wirklich nicht, alles gut Okay, Spoiler Oh, ja Der erste Schuss, verständlich Kopfschuss der Klassiker Aber nach dem zweiten, wäre ich auch nicht mehr aufgestanden Die Musik ist schön Mhm Okay, gehen Sie halt weg, das ist okay Wieder brennig für dich Aua Ich möchte hier übrigens für alle einmal kurz anmerken Auf YouTube Ich stelle es unten in die Videobeschreibung Ein Link zu dem kompletten OST Soundtrack Von dem YouTuber GulDrekki hochgeladen Eine Stunde 16 Mit Abschnitte für die einzelnen Songs Robert, hier schicke ich den gleich nochmal so Oh nein, oh nein Doch Du hast einen Fall im Arm, du kannst kein Abenteurer mehr sein Oh, er hat einen Tod Bringt mir die was? Nein, schon, ja Oh, er hat einen Tod Oh, er hat einen Tod Wenn das jetzt abgeschossen wird Ja, jawoll Nein, will er nicht Oder so Nein, Mike Das ist ja alle guten Begleiter werden getötet Ja, vor allem alle nützlichen Begleiter Schlimm Er hieß echt Mike Boah Bösewicht, Moment Und er hat es auch richtig gemacht Weil Bösewichte schauen nie zu an Explosionen Sie stehen immer mit dem Rücken dazu Wo ist er? Oh, oh schau Oh Gott es muss mir auch noch Mühe geben zum Glück tauchen die jetzt erst auf und ich erst mal in dem Kampf wäre doof gehen wir mal runter ich habe keine Jumpscares von diesen scheiß Federmäusen ein Zepter ausgezeichnet so war hier noch irgendwas zu sehen nicht wirklich gern doch da doch ja sowas von die frage wo die blaue ja hier waren sie doch nicht kann ich sein das wäre zu wie oder zwölf schuss war ja der zettel dafür ruine bei den klippen ok 11 fehlt noch selbst dieses drecksloch von einer insel würde ohne sie besser aussehen großartig ich bin doch fan stimmt hier drüben irgendwo am wasser könnte ich mir zumindest vorstellen aber hier haben wir ja alles aber wenn ich jetzt hier weitergebe ist immer ja drin sie wollen ja einen klippen haben ja da hatten wir hier ist eine kleine holzlager können wir glaube ich nicht hochglättern nicht hoch genug da können wir klattern so gut hier drin bestimmt oder kommen das wird uns auch sich anbieten aber nö nichts 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 ins noch kommt aber bei den klippen vielleicht ist hier unten noch irgendwo eins das ok zu sehen am horizont und doch hier ich weiß es nicht ja box säcke natürlich das sollte das sonst sein guckt raus sich bewegt ja ich wusste es das 6 g ja ich habe auch gemacht stimmt ja wo haben wir jetzt mehr munition für die 20 und für die machen wir es halt auf die le5 nützt ja nichts es gibt einfach ein oder einfach wenn dahin weil der sack ist wieder da ist einfach offen okay und nein ist genau sehen mehr näher ok habe ich halt keine angst sie dürfen überführung von test exemplaren die reparaturen wurden ohne zwischenfälle abgeschlossen da die anlage zuvor als gefängnis diente waren nur minimale eingriffe nötig um die luftdichte versiegelung zu verstärken vorausgesetzt wir bekommen keine probleme mit der kühlung planen wir alle verbleibenden text exemplare aus tag 1 hierzuher zu verlagern alle test exemplare wurden erfolgreich überführt während des transports kam es zu einem kleineren zwischenfall bei dem ein exemplar aggressiv wurde glücklicherweise sind nur wenige opfer zu beklagen bitte lassen sie den umgang mit den exemplaren stets besonderer vorsicht walten es gibt berichte denzufolge sie langsam eine toleranz für die niedrigen temperaturen entwickeln auch nein die p richtig arm reif gucken den kam aus komplett bestücken nicht gut oder die drei ist es das ist ein ganz mieses gefühl oh schau gut hinter uns schon mal keiner das ist schön ausgezeichnet ist aber wir können halt die fücher nicht in dem füchern nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut gut nein gar nicht gut nein es ist ein großer geworden das ist noch einer sehen jetzt schon das ist noch nicht gut auch immer passend das war immer noch nicht als hier drin ist es schon belastend alter es kotzt mich an das schlummen gewehr war schon schöner dass du wenigstens nicht auf einen schlag die ganze das ganze magazin durchgemacht jetzt ja doch ich okay jetzt noch einen kopf schießen wir haben auch bald die folge fertig also eigentlich schon ich hoffe dass wir gleich eine schreibmaschine finden warte 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 ich bin guter dinge das ist der händler als ob ich es gewusst habe jetzt gucken wir mal schnell was am angebot hat ja nett das baby ja Oh, Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Oh, wie Pränder. Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Nenn mich ruhig Pingel nicht, aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Dann würde ich jetzt speichern. Ja, und wir machen jetzt ein paar zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Rindgerockt. Tschüss.